ARD Text im Auftrag von Funk Machen Wird geblockt Schwierig, wenn man nicht weiß, wo Gegenteil sind Alubis Er hat einfach K gedrückt, nur um zu rauschen Das war bestimmt nicht seine Absicht Arschloch Alter, f*** dich Lass jetzt mal Osiris in Ruhe Mann Der kann sich ins Knie ficken Und der da auch Was ist denn das? Ist der jetzt AFK? Ne, ist er nicht 10 P3 Ich hab letztes Mal in ein paar alten Videos reingeguckt Da war irgend so ein Soundtrack aus seiner Playlist Der war richtig geil, aber ich finde ihn nicht mehr Ein Soundtrack aus meiner Playlist Ja, den hab ich irgendwie mal im Hintergrund für ein Video benutzt Und ich find den Soundtrack einfach nicht mehr Ah, du weißt wie der Soundtrack ist? Ach so Ja, dann sag mir einfach, was das ist Wenn es ein Soundtrack aus meiner Playlist ist, dann weiß ich wie er heißt Ich weiß jetzt halt auch nicht mehr, welches Video das war, ne? Mann, Digga, so eine Scheiße krieg ich immer nur One-Taps Und der baitet mich so hart, Osiris Ja, das Video musst du schon wissen, sonst kann ich dir auch nicht weiterhelfen Ja, das ist ja das Problem Deswegen hab ich jetzt beim Zocken immer deine Playlist laufen Da würde ich diesen Soundtrack irgendwann wiederfinden Also ich an deiner Stelle würde die einfach durchskippen, die Playlist Bis er früher oder später muss er ja dann kommen Also du kannst doch einfach... Das könnte man machen Du kannst so gut vor sich jedes Lied Oder ich lass die einfach weiter durchlaufen Das geht auch nicht Ja, das kannst du auch machen, ja Und irgendwann dann so, ey, da ist er Da ist er Kann ich rauskopieren und in die andere Playlist machen Warte schon mal so Nicht mehr flashen, bitte Ich geh da auf gar keinen Fall mehr als Erster rein Guck mal, der Russe Guck mal, der Russe Guck mal, der Russe Alter, der Russe Das ist ja Wahnsinn Das kommt mal auf Was der Bait, das ist... Gottlos Wombi, Wombi Wombi, Wombi Wombi, Wombi, Wombi Wombi, Wombi Ich hab ein HP, ein einzigen Guck mal, was er macht, guck mal was er aus Guck mal was er aus titанов Wann muss ich weg sein? da ist ein der 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 die die der die 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 Wir waren bis dahin. Nein! Ich werde die Bomben verlassen. Die Bomben hat sich geplant. Wie kann man das machen? Digga. Was zum Scheiß. Das war kein Kill. 59 in zwei. 50 in zwei. Gеро mind. ora terrorist, wich? Oh Oh Ich nehme alles zurück was ich jemals über DSG gesagt habe Beste Waffe der Welt Beste Waffe ist wieder da Junge Me too please Jetzt wird wieder die AWP gepiekt Thanks We must win Nein es geht auch so nicht Du kannst die AWP nicht pieken mit der DSG Oh du kannst es doch Es geht nicht Unmöglich Kranker Mollo Ja nicht wahr Da wurden auf jeden Fall wieder Ja das ein oder andere Tutorial wurde da wieder ausgepackt Was ist das Was ist das Was ist das Ich bin halt auch so low, ne? Ich bin jetzt auf die Seite. Die Bombe liegt am Tee-Spawn, wer auch immer das war, der soll an Weihnachten keine Geschenke kriegen. Junge, mach doch dafür das Mikrofon aus, Junge. Du hast das auch gemacht. Aber man leist das Mikrofon an, macht dafür oder nicht? So was würde ich niemals sagen. Wo war er? Hinter dir. Warum? Wie? Warum? Weißt du, damals zu meiner Zeit, da war das noch anders. Da hat man sich noch höflich vorgestellt, hat gesagt, dies ist ein Duell. Dann ging es los von Angesicht zu Angesichts. Tja, das waren bessere Tage. Alter, die schießen gar nicht auf ihn. Die rennen da einfach mit nem Knife irgendwo rum. Ist das frech. Geil, 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 Geil. Es ist gut, es ist gut. Nicht gut. Nicht gut. Los geht's. Bitte, fall schneller um. Okay, ich hab einen. Da sind aber halt noch so viele, ne? Und hier ist halt die Smoke. Wie war der da hinten nicht drauf? 1 A 2 1 2 Ich hab nur eine 5-7. Wo denn? Mann, ich seh ihn nicht. Wenn ich ihn gesehen hätte, hörte ich auf ihn geaimt, du Stück Scheiße. Ah, ist gut. Tausch mal. Lass uns gehen, lass uns gehen! Das wäre dann eine Anfrage, das war ein Befehl. Achso! Ich befolge leider keine Befehle. Von Ealdors schon gar nicht. Hast du einfach gerade... B, 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 Leute, woher bist du, Mann? Könntest du einmal einbeziehen? Schau, mal deine Brons. Jetzt wird es aber wirklich wild hier. Oh, Porn, B, bitte. Der pusht so komplett mit AWP rein, wird halt einfach gebumst. Und macht erstmal die Mates dafür verantwortlich. Dankeschön. Ja, oh, bitte. Take one, bitte. Seid ihr... Oh! Er will, dass du die AWP nimmst. Nö. Oh, wirst du eine Hate-Welle dafür wieder abkriegen? Ich bin jemanden, man will nicht nach Honolulu. Sieh, da geht es nämlich schon los. Alter, ich verstehe kein Wort, weil alle durcheinander reden, ey. Sie konnten wegen dir jetzt nicht die AK kiepen. Weil keiner von den Leuten, die eine M4 hatte, wollte sich dazu bereit erklären, die AWP noch mitzunehmen. Deswegen, AK und AWP war nicht möglich. Naja, sie können mir ja an den Kopf schießen am Anfang der Runde. Können sie machen. Das wäre schon witzig, so. Schau, Schau! Inzendierter! Oh Gott. Boah, ich habe alles klar da hinten, ja? Hey. Hey. Fall doch um, Tropic. Fall doch um 87 in 3. Okay, danke. Arm has been ruined. Pass. 1. 1. 2. 5. Das spielt eh keine Rolle. Land on the smoke. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich kann einen Okay, lasst uns das abwarten. Schön, Block. Sorry, Hühnchen. Gar keiner ist jetzt A. Also wirklich weniger als niemand. Wieso ist das kein Kill? 96 in 4 und jetzt ist der Punkt erreicht, wo es ein ganz kleines bisschen lächerlich wird. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Oh, smoke. Oh, smoke. Oh, smoke. Oh, smoke. Oh, smoke. Hurts win. Bis zum nächsten Mal.